Das war die dritte Liga, meine Damen und Herren. Und bei der zweiten, da öffnen wir jetzt sozusagen den Adventskalender. Denn hinter jedem neuen Türchen steckt da eine weitere Überraschung von Fortuna Düsseldorf. Sechs der letzten acht Spiele gewonnen, gerade erst aufgestiegen und dann trotzdem schon wieder auf Platz drei. Keine Frage, Fortuna rockt wieder, auch gleich hier bei uns in der Sportschau. Nach der Pause geht's weiter.